Hallo liebe Freunde, hier ist wieder die Silbenfee mit einem neuen Beitrag. Und zwar soll es heute um den Neoliberalismus gehen, die Zerstörung des Neoliberalismus. Inspiriert zu diesem Titel hat mich tatsächlich dieses viel beachtete Video von Retzo oder Riso, wie auch immer man den ausspricht, die Zerstörung der CDU, aber auch nur zum Titel. Ansonsten hat es damit nichts zu tun, also schon der Stil ist ja deutlich anders, da ich ja auch nicht fremdfinanziert werde, sondern hier wirklich meine persönliche Meinung kundtue. Und darauf komme ich später noch zurück, oder ich kann es auch jetzt sagen, Also das Video von Retzo fällt unter dem Begriff Astro-Turfing, den bringe ich später nochmal im Zusammenhang mit der Lobbyarbeit. Was ist das? Astro-Turfing ist das Verfassen von Leserbriefen, Foreneinträgen und Blogs, die angeblich von Privatpersonen vorgenommen wurden. Und der Begriff Astro-Turfing bezeichnet politische Public Relations und kommerzielle Werbeprojekte. Ziel ist es dabei, den Anschein einer unabhängigen öffentlichen Meinungsäußerung über Politiker, politische Organisationen, aber auch Produkte, Dienstleistungen oder Ereignisse zu erwecken. Das ist genau das, was Retzo mit seinem Video da macht, meiner Meinung nach. Aber da haben Freie Kanäle schon sehr gute Beiträge dazu verfasst. Darum soll es jetzt weiter auch gar nicht gehen, sondern es geht um die Zerstörung des Neoliberalismus. Dazu lese ich euch Auszüge aus dem Buch vor, das ihr hier seht, Warum schweigen die Lämmer von Rainer Mausfeld, wie Elitendemokratie und Neoliberalismus unsere Gesellschaft und unsere Lebensgrundlagen zerstören. Deswegen muss meiner Meinung nach der gesamte Neoliberalismus zerstört werden. Der muss verschwinden. Ja, Rainer Mausfeld, wer ist das? Moment. Ja, das hatten wir schon. So, hier habe ich es. Rainer Mausfeld, deutscher Psychologe und Hochschullehrer. Rainer Mausfeld, geboren am 22. Dezember 1949 in Iserlohn, ist ein 2016 emeritierter deutscher Professor für allgemeine Psychologie an der Universität Kiel. Er ist also im Ruhestand. Deswegen, meiner Meinung nach, kann er sich jetzt auch solche Aussagen wie in seinem Buch leisten. Er ist bereits im Ruhestand. Seine wissenschaftlichen Schwerpunkte sind Wahrnehmungspsychologie, Kognitionswissenschaft und Geschichte der Psychologie. Seine seit 2015 veröffentlichte Kritik an der repräsentativen Demokratie und an den Funktionen der Massenmedien wird in den Medien kontrovers beurteilt. Das kann man sich ja denken. Was ich hier vorlese, ist aus unserer lieben Wikipedia. Ja, also zu diesen Veröffentlichungen zählt auch das, woraus ich hier lesen will. Natürlich wird das in den Medien kontrovers beurteilt, weil er geht ja von der Manipulation der Medien aus. Ja, ist mal wieder ein Kabarettstückchen der Wikipedia. So. Also. Ich lese mal den Klappentext, dann hat man mal einen Überblick, worüber es in erster Linie handelt, wovon es in erster Linie handelt, sein Buch. Es gibt auch einen gleichnamigen Vortrag bei YouTube, den verlinke ich nachher unter dem Video. Also, da kommen aber diese Inhalte so nicht vor. Der ist auch 1,5 Stunden lang, aber lohnt sich auf jeden Fall. Ich mache es ein bisschen komprimierter und das Buch entspricht auch nicht genau dem Vortrag. In den vergangenen Jahrzehnten wurde die Demokratie in einer beispiellosen Weise ausgehöhlt. Demokratie wurde durch die Illusion von Demokratie ersetzt, die freie öffentliche Debatte durch ein Meinungs- und Empörungsmanagement, das Leitideal des mündigen Bürgers durch das des politisch-apathischen Konsumenten. Wahlen spielen mittlerweile für grundlegende politische Fragen praktisch keine Rolle mehr. Die wichtigen politischen Entscheidungen werden von politisch-ökonomischen Gruppierungen getroffen, die weder demokratisch legitimiert noch demokratisch rechenschaftspflichtig sind. Die destruktiven ökologischen, sozialen und psychischen Folgen dieser Form der Elitenherrschaft bedrohen immer mehr unsere Gesellschaft und unsere Lebensgrundlagen. Ich lese Auszüge aus einem Interview mit den Nachdenkseiten. Also Rainer Mausfeld wird interviewt von den Nachdenkseiten. Und daraus lese ich euch einfach mal einige Auszüge vor, wo er also seine Auffassung von Neoliberalismus und warum sich der Neoliberalismus nun schon seit den 60er, 70er Jahren hält, nicht nur in Deutschland, in ganz Europa. Das soll eine weltweite Gesellschaftsform werden. Ist es auch zum Teil ja schon. USA natürlich erst recht, das ist ja ganz klar. Ja. Es geht zunächst um diesen Vortrag, den man hier als Video sehen kann. Die Nachdenkseiten fragen, wie kam es denn zu diesem Vortrag, Herr Mausfeld? Und er antwortet, der Vortrag, der einige Themen aufgreift, die ich auch in Veranstaltungen des Psychologiestudiums anspreche, war nur für einen kleinen Kreis von Studenten und Freunden gedacht. Thematisch gehört der Vortrag ja nicht zu meinem Arbeitsbereich, der Wahrnehmungs- und Kognitionsforschung. Die Gemeinsamkeiten meines Arbeitsbereichs und des gesellschaftspolitischen Themas des Vortrags liegen denn auch weniger auf einer inhaltlichen als auf einer denk-methodologischen Ebene. Denn in der Grundlagenforschung wie im Bereich des gesellschaftlich-politischen können wir uns nur dann ein Stück Autonomie gegenüber dem jeweiligen Zeitgeist bewahren, wenn wir bei jedem Thema zunächst fragen, aus welchem ideengeschichtlichen und historisch-gesellschaftlichen Hintergrund es sich entwickelt hat und welche stillschweigenden Prämissen und welche verborgenen Vorurteile bereits in der Formulierung eines Themas oder einer Frage enthalten sind. Moment. Nehmen wir doch mal das nochmal so. Das andere habt ihr ja jetzt gelesen, wer das ist. Zu einem solchen Hinterfragen sind wir alle von Natur aus befähigt. Man muss sich nur entschließen, von dieser Befähigung auch Gebrauch zu machen. Das war ja auch die Leitidee der Aufklärung. Das ist oft mühsam und bedarf der Übung. Doch empfinden wir häufig ein Gefühl der Befriedigung, wenn wir den Sinnzusammenhang der Dinge besser verstehen. Die Nachdenkzeiten und Übung braucht übrigens auch wieder Zeit, wo durch verständlich wird, warum es bezüglich der Fähigkeiten, Lügen und Manipulationen zu durchschauen, große gesellschaftliche Verschiedenheiten gibt. Genau, gerade in dieser Hinsicht haben Wissenschaftler eine besondere gesellschaftliche Verpflichtung. Sie sind geübt in der Beschaffung von Informationen und im Umgang mit Informationen. Sie verstehen zumeist, ihr Wissen in Rede und Schrift zu vermitteln. Und sie sind oder sollten eigentlich schon aus beruflichem Ethos der Wahrheit verpflichtet sein. Daraus ergibt sich eine gesellschaftliche Verantwortung, sich nicht zu scheuen, sich nötigenfalls auch mit der Macht und den ihr dienenden Ideologien anzulegen. Ja, also er macht das. Wir wissen ja, zu welchen Konsequenzen das führen kann. Gerade auch die bei freien Kanälen hier auf YouTube. So, er sagt weiter, die Realität sieht leider anders aus. Das liegt natürlich auch nicht nur an Universitäten, an den Karrieremechanismen. Verständlicherweise stoßen gerade im gesellschaftspolitischen Bereich ein Aussprechen der Wahrheit und die Konsequenzen unserer natürlichen Neugierde und Freude an Autonomie nicht bei allen auf Begeisterung. Wenn wir nämlich die Dinge besser verstehen, könnte es ja passieren, dass wir beginnen, Fragen zu stellen, die den Status des jeweiligen Establishments gefährden könnten. So, dann führt er aus, dass das Establishment ein Interesse an Fragmentierung des Wissens hat. Ob durch bildungsbürgerliches Wissen, durch eine PISA-orientierte Schulausbildung, durch ein kompetenzorientiertes Studium oder durch Medien, ist also in diesem Sinne, er spricht von der Fragmentierung, keineswegs Zufall, sondern ein beabsichtigter Prozess, eine Art Herrschaftsinstrument. Es wird uns also immer nur ein Ausschnitt der Wahrheit präsentiert, die wir dann nicht zusammensetzen können. Könnten wir das, hätten wir nicht mehr den Neoliberalismus, das sage ich jetzt persönlich dazu. Ja, die Nachdenkzeiten, das Gefühl von politischer Ohnmacht, oft verbunden mit latenter Verzweiflung oder gar Wut, scheint allerdings nicht nur unter Studierenden weit verbreitet zu sein, sondern aktuell geradezu zu grassieren, in fast jedem Milieu. Ja, also Maus fällt wieder, ja, und das ist auch kein Wunder, denn das Ausbildungssystem ist nur ein Aspekt der sehr viel weitreichenderen und tiefer gehenden aktuellen Indoktrinationssysteme. Indoktrination ist die Lehre. Also wir werden unterwiesen, Unterweisungssysteme könnte man sagen. Da diese im Wortsinn inhuman sind, also Zielen dienen, die der Natur unseres Geistes und somit der Natur des Menschen zuwiderlaufen, gehen sie fast zwangsläufig mit gewaltigen psychischen Folgekosten einher. Diese Indoktrinationssysteme könnte man als neoliberale Indoktrinationssysteme bezeichnen. Der Neoliberalismus zielt ja gerade darauf ab, Konsumenten zu produzieren, die in einer sozial atomisierten Gesellschaft nur noch als Konsumenten eine soziale Identität finden. Der Einzelne wird also vereinzelt, das habe ich jetzt blöd erklärt. Also sozial atomisierte Gesellschaft, Vereinzelung, die einzelnen Menschen werden an Vernetzung gehindert und sollen nur noch als Konsumenten eine soziale Identität finden. Das ist ein Merkmal der neoliberalen Gesellschaftsform. Im pervertierten Freiheitsbegriff des Neoliberalismus bezieht sich die Freiheit einer Person darauf, dass sie sich den Kräften des freien Marktes zu unterwerfen hat, also von allen gesellschaftlichen und sozialen Banden befreit und somit sozial und gesellschaftlich entwurzelt ist. Wir erinnern uns an die Abschaffung der Familie. Das war wiederum von mir. Weiter mit Mausfeld, scheitert sie auf dem Markt, so darf sie dafür nicht gesellschaftliche Verhältnisse verantwortlich machen, sondern muss dies ihrem individuellen Versagen zuschreiben. Das ist also ganz wesentlich. Man macht Hartz-IV-Empfänger für ihre Lage verantwortlich. Also man sagt, die sind selbst schuld. Zum Beispiel ist nur ein Beispiel. Oder Rentner, die sich ihr Essen in Mülltonnen zusammenwühlen. Da muss dann was schiefgegangen sein. Ist vielleicht Alkoholiker oder wie auch immer. Das hat den tieferen Zweck, das von sich selbst wegzuschieben. Denn würde man diese Denkweise nicht verfolgen, könnte es ja jedem passieren. Und das muss vermieden werden. Das meint er, wenn er hier sagt, die Person darf dafür nicht gesellschaftliche Verhältnisse verantwortlich machen, sondern muss dies ihrem individuellen Versagen zuschreiben. Ein ganz wesentlicher Pfeiler im Neoliberalismus. Eine solche Haltung kann sie doch nur um den Preis psychischer Deformation, insbesondere sozialer Ängste und Depressionen einnehmen. Durch entsprechende Indoktrinationssysteme kann man Menschen auch ohne Knebel zum Schweigen und zum Verstummen bringen, sie ihrer gesunden Gegenwehr gegen krankmachende Verhältnisse weitestgehend berauben. Man kann einen Menschen auch auf verschiedene Arten beeinflussen, ängstigen, manipulieren, verschrecken und dazu bringen, sich Einflüssen zu unterwerfen, die seinen vitalen Interessen diametral entgegenstehen. Nur, dass das eben nicht folgenlos bleibt. Es wurde ja schon früher aufgezeigt, dass der Kapitalismus ein besonders hohes Maß psychischer Störungen mit sich bringt. Gesellschaftlich verursachte Störungen wendet der Neoliberalismus, den sieht er als Weiterentwicklung des Kapitalismus, ist er ja auch. Gesellschaftlich verursachte Störungen wendet der Neoliberalismus, aber perverserweise gegen das Individuum selbst, das nun dem Zwang unterworfen wird, sich durch geeignete Maßnahmen selbst besser fremdverwertbar zu gestalten. Das gilt für jede Art von Verhalten, die unverträglich mit der gewünschten Rolle eines Konsumenten ist. Lassen Sie uns kurz über die Kategorien Ihrer und unserer Kritik sprechen, sagen die Nachdenkseiten. Was genau verstehen Sie unter Neoliberalismus? Was meint das, was beschreibt das für Sie? Neoliberales Denken entstammt vielen und sehr verschiedenen Quellen. Als eine einheitliche, ökonomisch-gesellschaftliche Konzeption gibt es den Neoliberalismus nicht. Es gibt jedoch den politisch organisierten und wirkmächtigen Neoliberalismus, also den real existierenden Neoliberalismus. Dessen ideologische Konzeption lässt sich relativ leicht als das charakterisieren, was von den Eliten in den Medien unterstützt durch propagandistische Thinktanks wie die Bertelsmann Stiftung, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, das Institut der Deutschen Wirtschaft und andere und durch die wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten verbreitet wird. Die Codewörter hierfür sind hinreichend bekannt. Typische Beispiele für den neoliberalen Neusprech sind Liberalisiertreiben, Bürokratie abbauen. Dieser Ideologie sucht man einen wissenschaftlichen Anstrich zu geben durch geeignete ökonomische Theorien, wie sie in den Seminarräumen wirtschaftswissenschaftlicher Fakultäten dargeboten werden. Diese Theorien beruhen aber auf theoretischen Absurditäten, auf Gebilden einer letztlich durch Umverteilungsbedürfnisse getriebenen intellektuellen Fantasie. Nämlich der Fantasie eines sich rational selbst regulierenden freien Marktes, auf dem das fiktive Wesen Homo Ökonomicus agiert. Das kommt aus dem Lateinischen, bedeutet der wirtschaftliche Mensch. Das ist ein theoretisches Konstrukt von Wirtschaftsstudenten gewesen. Da haben sich schon viele Autoren darüber ausgelassen. Den Homo Ökonomicus gibt es in der Realität natürlich nicht. Er wäre aber sehr erwünscht auf dem Prinzip des Homo Ökonomicus. Er schreibt hier also der rationale und nutzenmaximierende Mensch, der über Kenntnisse aller denkbaren Entscheidungsoptionen verfügt und zugleich alle Konsequenzen seines Handelns überschauen kann und der immer den eigenen Nutzen maximiert. Damit arbeitet Ebay, damit arbeitet Google, also so etwas wird vorausgesetzt. Ein Mensch, der immer auf den eigenen Vorteil fixiert ist und dem es um den eigenen Nutzen geht. Ein Stück weit ist das auch schon erreicht, aber eben noch nicht ganz. Als ökonomische Theorie weist der Neoliberalismus so viele interne Widersprüche und Inkonsistenzen auf, dass er längst daran hätte zugrunde gehen müssen. Er ist eine Art intellektueller Pathologie, also Krankheit. Das wurde von ökonomischen Experten wieder und wieder aufgezeigt. Jüngst haben Philipp Mirovsky in seinem Buch Untote Leben länger, warum der Neoliberalismus nach der Krise noch stärker ist und wenn die Brauen in die schleichende Revolution wie der Neoliberalismus die Demokratie zerstört, dies noch einmal rekapituliert und aus unterschiedlichen Perspektiven aufbereitet. Aber auch hier wird wohl der Effekt wieder nahe bei Null liegen, denn der Neoliberalismus ist völlig immun gegen Argumente. Ihm genügt es, dass er politisch wirksam ist. Der fundamentale Widerspruch zumindest im real existierenden Neoliberalismus ist der zwischen dem in der neoliberalen Rhetorik so viel besungenen freien Markt und der Tatsache, dass der Neoliberalismus vor nichts eine größere Angst hat als vor einem wirklich freien Markt. Der freie Markt ist nur für die ökonomisch Schwachen, ob Personen oder Staaten, gedacht, während die ökonomisch Starken, insbesondere die Großkonzerne, durch staatliche Interventionen vor eben diesen Kräften des freien Marktes zu schützen sind. Der Neoliberalismus benötigt also für seine eigentlichen Ziele, nämlich eine Umverteilung, ganz wesentlich den starken Staat, der die Marktfreiheit in seinem Sinne reguliert. Kurz, der real existierende Neoliberalismus ist eigentlich seit je intellektuell bankrott. Dennoch ist er als eine Art Hausphilosophie der Reichen und Großkonzerne, politisch äußerst wirkungsmächtig. Das wirft interessante Fragen nach seinen eigentlichen Zielen auf. Als Ziel des Neoliberalismus. Die Nachdenkseiten, da muss ich an David H.W. denken, dessen wunderbare kleine Geschichte des Neoliberalismus folgender Klappentext ziert. Längst kritisieren auch bekannte Wirtschaftswissenschaftler wie Josef Stieglitz, ehemaliger Chefökonom der Weltbank, die Auswüchse des Neoliberalismus und beklagen die wachsende soziale Ungleichheit als dessen unerwünschtes Nebenprodukt. Falsch, sagt David H.W. Weshalb kommt diesen Leuten denn nie der Gedanke, dass die soziale Ungleichheit womöglich von Anfang an der Zweck der ganzen Übung war? Die Neoliberale Wende, so H.W., der das Buch verfasst hat hier, wurde in den 1970er Jahren zu dem alleinigen Zweck eingeleitet, die Klassenmacht einer gesellschaftlichen Elite wiederherzustellen, die befürchtete, dass ihre Privilegien nachhaltig beschnitten werden könnten. Der Neoliberalismus zielt auf eine radikale Umverteilung, und zwar von unten nach oben, von der öffentlichen in die private Hand und von Süd nach Nord. Also global gesehen. Er ist eine Revolution der Reichen gegen die Armen. Ich lese hier nur Auszüge. Ich lasse natürlich zwischendurch einiges weg, sonst wird das für euch einfach zu lang. Global kontrollieren die 500 größten Konzerne mittlerweile mehr als 50 Prozent des Weltbruttosozialprodukts. Die 85 reichsten Personen der Welt besitzen, wie Oxfam jüngst mitteilte, das ist eine Forschungsgesellschaft, die machen Statistiken, mehr als die, also die 85 reichsten Personen der Welt besitzen mehr als die ärmsten 50 Prozent der Weltpopulation zusammen, also als die ärmsten 3,6 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Und bald wird das reichste 1 Prozent mehr als die Hälfte des Gesamtreichtums der Welt besitzen. Auch dies ist, so die neoliberale Mäher, ein von niemandem absichtlich herbeigeführter, also auch von niemandem zu verantwortender Effekt der rationalen Naturgesetzlichkeiten des freien Marktes. Wer dies kritisiert, bezeugt damit nur sein völliges Unverständnis dessen, was Naturgesetzlichkeiten angeblich sind. Denn auch zu denen gibt es ja keine Alternative. Der Neoliberalismus ist das größte globale Umverteilungsprojekt der Geschichte. Da ist kaum überraschend, dass es beträchtlicher Indoktrinations- und Disziplinierungsanstrengungen bedarf, um die Bevölkerung gegen ihre tatsächlichen Erfahrungen und gegen ihre eigenen Interessen dazu zu bringen, dieses Kampflied hinzunehmen und sogar darin einzustimmen. Bitte führen Sie das doch ein wenig aussagen, die Nachdenkseiten. Von welchen Indoktrinationsmechanismen reden wir hier? Was meinen Sie damit? Mausfeld? Nun, in einer Demokratie ist es wichtig, dass das eigentliche Ziel einer Umverteilung von unten nach oben für die Bevölkerung durch eine geeignete Indoktrination verdeckt und unsichtbar gemacht wird. In Demokratien wäre der Neoliberalismus politisch nicht überlebensfähig, wenn es ihm nicht gelänge, die Köpfe zu erobern und die öffentliche Meinung in seinem Sinne zu formen und zu kontrollieren. Dies kann nur auf der Basis von Indoktrinationssystemen geschehen, die psychologisch äußerst ausgefeilt sind und alle Bereiche unseres Lebens durchziehen. Die Grundlagen für solche Indoktrinationssysteme werden seit je durch bereitwillige Intellektuelle bereitgestellt, die eher den Interessen der Mächtigen verpflichtet sind als der Wahrheit und die dafür in geeigneter Weise gefördert und belohnt werden. Stiftungen, Denkfabriken, sogenannte Thinktanks und NGOs kommen dabei eine kaum zu überschätzende Bedeutung zu. Stiftungen und durch sie geförderte NGOs haben im Neoliberalismus eine ganz zentrale Bedeutung, weil wirtschaftliche Eliten steuerbegünstigt privaten Reichtum in politische Macht umwandeln können, die sie dann mit dem Anstrich der Gemeinnützigkeit und Philanthropie veredeln. Ein Philanthrop ist ein Menschenliebhaber. Da fällt euch vielleicht die gleiche Gestalt, ein reiner Mausfeld nicht spricht. Im ganzen Buch nicht. George Soros. Davon spricht er nicht, davon spreche ich jetzt. Die Nachdenkseiten, wie läuft das ab? Welche konkreten Mechanismen gibt es da? Wie manipuliert man uns genau? Es ist tatsächlich sehr schwer, sich von der Breite und von der Tiefe dieser Indoktrinationssysteme überhaupt eine Vorstellung zu machen. Die Indoktrinationssysteme, die der Neoliberalismus entwickelt hat, sind die ausgepeiltesten und wirkungsmächtigsten, mit denen je eine politische Ideologie verbreitet wurde. Sie sind inzwischen so tief in allen Bereichen des gesellschaftlichen und auch privaten Lebens verankert, dass sie uns kaum noch auffallen. Sie stellen ganze Lebensformen und Weltsichten dar, wie sie im Wesentlichen durch US-amerikanische Eliten geprägt wurden und nicht zuletzt durch die Kultur- und Unterhaltungsindustrie als Selbstverständlichkeiten vermittelt werden. Die klassische Propaganda... Ähm... Moment... Dabei nutzt der Neoliberalismus das ganze Arsenal von Methoden und Strategien, die im Bereich gesellschaftlicher Manipulationstechniken bereits im klassischen Kapitalismus entwickelt worden sind. Also etwa die Möglichkeit, Fehlidentifikationen zu erzeugen, Konsumismus, Meinungsmanipulationen durch Medien etc. Doch sind all diese Techniken enorm verfeinert worden und zumeist kaum noch als Indoktrinationstechniken erkennbar. Sie sind tief in allen Mechanismen der Herstellung von öffentlicher Meinung verankert, nicht nur in Politik, Medien oder politischen Stiftungen, sondern bis in den Erziehungsbereich und Kulturbereich. Gute Indoktrination, das war schon im Pionieren der Propaganda klar, darf nicht als solche erkennbar sein und muss geradezu als Selbstverständlichkeit oder Ausdruck des gesunden Menschenverstandes erscheinen. Manipulationstechniken sitzen also gleichsam parasitär auf Schwachstellen unseres Geistes auf. Sie sind stets so beschaffen, dass sie das Scheinwerferlicht unseres Bewusstseins unterlaufen, also von uns praktisch nicht bemerkt werden, sodass es uns schwerfällt, uns gegen sie zu schützen. All das ist in der Wissenschaft und damit im Effekt auch den herrschenden Eliten bekannt, kaum jedoch in der Öffentlichkeit. Diese folgenschwere Asymmetrie des Wissens um Manipulationsschwachstellen unseres Geistes muss dringend beseitigt werden. Wir haben nur dann eine Chance, uns gegen derartige Manipulationen zur Wehr zu setzen, wenn wir uns bewusst werden, auf welche unserer Schwachstellen solche Manipulationen zielen. Jetzt spricht er vom Status quo einer Gesellschaft. Das hatte ich eben schon sinngemäß vorgelesen. Hier kommt es nochmal. Damit einhergehend haben wir eine Neigung, den gesellschaftlichen Opfern des Status quo selbst die Schuld für ihre Situation zu geben. Folglich neigen wir dazu, diejenigen eher negativ einzuschätzen, die den Status quo verändern wollen. Wie stark diese Neigung zur Verteidigung des Status quo ausgeprägt ist, hängt von einer Vielzahl von kognitiven, affektiven und sozialen Variablen ab. Beispielsweise wird sie erhöht durch Ängste und das Gefühl von Unsicherheit und Bedrohung. Wir denken an den Kampf gegen Rechts. Ebenso, also die permanente Bedrohung, da ist ein rechtes Netzwerk, das hat auch mit Angsterzeugen zu tun. Ebenso wird sie erhöht, also die Neigung zur Verteidigung des Status quo, ebenso wird sie erhöht, wenn man von einem bewussten Nachdenken systematisch abgelenkt wird, sei es durch Zeitdruck oder Darbietung, irrelevanter Themen oder wenn Stereotype und schlichte Begrifflichkeit für eine kognitive Einordnung der gesellschaftlichen Verhältnisse vorgegeben wird. Ebenso erhöht sich tendenziell diese Neigung, wenn eine Situation als unausweichlich empfunden wird. All diese Variablen lassen sich relativ einfach von außen manipulieren, ohne dass uns diese Manipulationen überhaupt bewusst werden. Dadurch bieten derartige Variablen ein sehr wirkungsvolles Einfallstor, um die Status quo-Neigung der Bevölkerung im gewünschten Sinne zu manipulieren. In dieser Hinsicht bietet der Neoliberalismus eine für seine Ziele sehr vorteilhafte Kombination derartiger Einflussvariablen. Kognitiv, also bewusst wahrgenommen, das, was wir wahrnehmen, basiert er auf einer sehr schlichten Begrifflichkeit. Märkte öffnen, Strukturreformen durchführen, Bürokratie abbauen, etc. und nutzt zugleich eine geradezu überwältigende Fülle von Möglichkeiten, durch die sich Personen von einem tieferen Nachdenken über gesellschaftliche Verhältnisse ablenken lassen. Die meisten Themen in den Massenmedien dienen genau dazu. Und affektiv geht er einher mit einem durch die Lebensverhältnisse bedingten hohen Maß an Zeitdruck, Stress und sozialen Ängsten sowie mit einem Gefühl der Unausweichlichkeit. Denn in seiner Naturgewalten-Metaphorik kann es natürlich zu den Naturgesetzlichkeiten des Marktes keine Alternativen geben. Das ist ironisch gemeint. Und natürlich ist der Freimarkt kein Naturgesetz. Die Nachdenkseiten fragen, und welche Rolle spielen die Medien im Kontext dieser Indoktrination? Mausfeld, naheliegenderweise eine ganz zentrale. Sie sind im Wortsinne das Medium der Indoktrination. Das ist wieder und wieder in aller Breite und Tiefe untersucht worden. Die Leitmedien sind wiederum personell wie ideologisch eng mit Thinktanks, Stiftungen und relevanten politischen und ökonomischen Kreisen verbunden, sodass sich das neoliberale Indoktrinationssystem gleichsam durch sich selbst stabilisiert. Man kann sich sein Mantra ideologisch rasch aneignen. Wenn man erst den neoliberalen Jargon beherrscht, Bürokratie abbauen, Reformen weiter treiben etc., benötigt man für eine hohe Meinungsbildung keinen besonderen ökonomischen Sachverstand mehr. Das macht den real existierenden Neoliberalismus für Journalisten und andere aus dem meinungsbildenden Gewerbe so attraktiv. Mit ihm kann man sich in gleichsam vorauseilendem Opportunismus den Herrschenden andienen und so zumindest symbolisch ein Stückchen an der Macht teilhaben. Dieser Opportunismus ist vorauseilend, weil er nicht nur konkret geäußerte Erwartungen der herrschenden Eliten erfüllt, sondern sich zudem vorstellt, welche Erwartungen die Eliten darüber hinaus noch haben könnten. Er sucht also zu erfühlen und auszuformulieren, was die herrschenden Eliten eher instinktiv fühlen als denken. Ja, die Nachdenkzeiten sagen jetzt warum, wird immer wieder davor gewarnt, dass der Neoliberalismus zu einer offen autoritären Herrschaftsform zu werden droht. Dabei ist ganz wesentlich, das Recht Mausfeld sagt, das Recht ist ja seit je ein sehr wirkungsvolles Instrument, um gesellschaftliches Unrecht gegen eine Kritik durch die Bevölkerung zu immunisieren. Der Neoliberalismus ist, will er auf den demokratischen Anschein nicht verzichten, also geradezu darauf angewiesen, dass die Umverteilungsmechanismen von unten nach oben und von der öffentlichen in die private Hand auf allen Ebenen, von der EU bis zu den Kommunen zunehmend verrechtlicht werden. Besonders die Schaffung eines geeigneten internationalen Rechts ist dabei erfolgversprechend. Daher bemüht sich eine transatlantische Nomenklatura um die Entwicklung geeigneter internationaler Rechtsnormen, wie eben TTIP, TISA, KETA etc. und um deren Umsetzung durch machtvolle neoliberale Institutionen wie den internationalen Währungsfonds. Die formale Hülse einer Demokratie soll für die Bevölkerung intakt erscheinen, sagt er. Die Verrechtlichung neoliberaler Strukturen stellt eine Art Samthandschuh unter den Herrschaftstechniken dar, durch den sich offen autokratische Formen erst einmal vermeiden lassen. Autokratie, Herrschaft der Eliten, ja Diktatur bedeutet das eigentlich. So, auf eins möchte ich hier unbedingt noch vorlesen, weil die Entwicklung können wir jetzt schon auch bei YouTube und auf freien Kanälen hier sehen. Renommierte Verfassungs- und Strafrechtler arbeiten bereits seit Langem an den Grundlagen eines Sicherheitsstaates und der Entwicklung eines Feindstrafrechtes. Mit einem solchen Feindstrafrecht können Bürger, die als unsichere Kantonisten und als aktuelle Unpersonen anzusehen sind, kaltgestellt werden. Die rechtlichen Hülsen sind also vorbereitet, sie lassen sich leicht nutzen, wenn die herrschenden Eliten einmal der Auffassung sein sollten, dass bestehende demokratische Strukturen den Notwendigkeiten des Marktes und den zu seiner Sicherung nötigen internationalen Vereinheitlichungen im Wege stehen. Die Nachdenkseiten fragen dann, wie können wir dem etwas entgegensetzen, was ist gegen eine solche Entwicklung zu tun? Ja, dann sagt Mausfeld, ist ja klar, abgesehen von einigen Selbstverständlichkeiten kann es, denke ich, darauf keine einfachen Antworten geben. Die Selbstverständlichkeiten beziehen sich vor allem darauf, dass wir alle Blockaden entfernen müssen, die uns daran hindern, einfache, grundlegende Fakten zu erkennen und anzuerkennen. So dann müssen wir bereit sein, unseren Willen und unsere Entschlossenheit zu artikulieren, also auszudrücken, inhumane gesellschaftliche Zustände und Strukturen zu ändern. Ja, so viel aus dem Buch Warum schweigen die Lämmer von Rainer Mausfeld. Was ich persönlich dazu noch, also das entspricht vollkommen meiner Überzeugung, das hätte ich ja auch nicht vorgelesen, was ich persönlich dazu noch ergänzen möchte, was man auf keinen Fall unterschätzen darf, was er auch angerissen hat, ist der Lobbyismus. Also Lobbyismus, die Definition, was ist das? Die zielgerichtete Beeinflussung von Entscheidungsträgern in Politik und Verwaltung nennt man Lobbying. Ja, diese Definition ist von Hans Merkel, der war Fußballtrainer, aber die ist gut, diese Definition. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit versuchen Lobbyisten, die öffentliche Meinung über die Medien zu beeinflussen. Der Lobbyismus ist in Deutschland durch die Verfassung geschützt und legal. Die Pharmaindustrie und die Energiewirtschaft gelten als Branchen mit besonders großer Lobbymacht. 2017 wurden die Skandale um die Dieselabgase, Diesel geht, und Dividendenstripping mit Milliardenverlusten für den Staat auf die Einflussnahme von Lobbyisten zurückgeführt. Ebenso die Laufzeitverlängerung deutscher Kernkraftwerke im Herbst 2010. Groben Schätzungen folgen gibt es im Bundestag 5000 Lobbyisten, also statistisch gesehen acht Lobbyisten für jeden Abgeordneten. In Diskussionen wie um Kernenergie und Solarenergie, Urheberrecht oder Softwarepatente wird kritisiert, dass Industrie- und Großkonzerne über massive Lobbyarbeit Gesetze auf Bundesebene oder EU-Ebene durchsetzen, die natürlich in ihrem eigenen Interesse sind. Ja, hier habe ich nochmal notiert das Astro-Turfing, das hatte ich eingangs des Videos schon gesagt. Wenn bei PR-Aktionen vorgetäuscht wird, sie seien von Privatleuten getragen, nennt man das Astro-Turfing. Darunter fällt das Verfassen von Leserbriefen, Foreneinträgen und Blogs, die angeblich von Privatpersonen vorgenommen wurden. Das hatte ich eingangs dieses Videos schon gesagt, weil meiner Meinung nach auch das vielbeachtete Rezo-Video dazu gehört. Lobbying gibt es natürlich auch im EU-Parlament. Laut Analysen des österreichischen Europaabgeordneten Hans-Peter Martin kann der Gegenwert von durch Lobbyisten erteilten Angeboten wie Reisen, Abendessen oder Cocktail-Empfänge pro Woche bis zu 10.000 Euro erreichen. Ja, liebe Freunde, ich muss mal gerade schauen, ich hatte nämlich, Moment mal eben, ich hatte doch, wo habe ich das jetzt, ähm, ja, also hier, ich hatte nämlich, das sind jetzt Mitglieder der Bertelsmann Stiftung, und da hatte ich, ähm, Lobbyisten, die an der, äh, also, äh, die sind ja nicht nur in Stiftungen, sondern auch in Vereinen und Verbänden organisiert, da gibt es den, äh, Verband oder Verein Prügel mit B geschrieben, einen Moment mal eben, sonst machen wir das ganz einfach, das müsste ich eigentlich noch, einen Moment, na, jetzt haben wir hier den Mausfeld, na gut, hier, Prügel, also das schreibt sich mit B, hat nichts mit, äh, hier ist es ja erklärt, Englisch, äh, Brüssel's European and Global Economic Laboratory, Aussprache, Prügel, ah, pardon, habe ich verkehrt ausgesprochen, ich hasse Abkürzungen, aber naja, also ist eine 2004 gegründete wirtschaftswissenschaftliche Denkfabrik mit Sitz in Brüssel, ist aus Wikipedia, nach eigenem Verständnis unabhängig und keiner bestimmt, ja, nach eigenem Verständnis sind die natürlich unabhängig, sehr klar, und keiner bestimmten Wirtschaftstheorie anhängend, war es das Ziel der Gründer, durch unparteiische, auf faktenbasierende und für Entscheidungsträger relevante Forschung zur Qualität der Wirtschaftspolitik in Europa und der Welt beizutragen, sowie als Plattform für den Austausch von Forschung, Politik und Wirtschaft zu dienen. also Prügel sitzt im EU-Rat, in der EU mit drin, zu den Mitgliedern zählen Vertreter von EU-Mitgliedstaaten, international tätige Konzerne, sowie die französische Zentralbank. und jetzt möchte ich euch mal kurz zeigen, welche international tätigen Konzerne in dieser Stiftung in Brüssel mit drin sitzen und sich dort auf unsere Regierung auswirken. Ich hatte euch schön die ganzen Logos hier runtergeladen, also, aber die sind alle patentiert, also die kann man nicht anzeigen. Es wäre schöner gewesen, die Logos zu sehen, als jetzt das hier so, als Aufzählung, aber schaut mal, Unternehmen, Areva, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Elektrizität de France, das ist dasselbe wie Deutsche Telekom in Frankreich, Ernst & Jung, Erste Group, France Telekom, also, GDF Suisse, Goldman Sachs, Google, Microsoft, Novartis, Nüse, Euronext, Pfizer, Pharmaunternehmen, Qualcomm kenne ich nicht, Renault, Samsung, Electronics, Solvay, Syngenta, Unikredit, Finanzinstitutionen, Banque de France, also die französische Bank, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Ja, äh, und, ähm, das, liebe Freunde, ähm, gehört also, meiner Meinung nach, überhaupt nicht in, äh, 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 ein, äh, ja, in ein Gesellschaftssystem hinein, ähm, also, dass solche Leute, das hier ist jetzt die Bertelsmann Stiftung, die sitzt jetzt nicht in der, äh, ähm, äh, 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 Denkfabrik, äh, Brögel, äh, sagt man ja wohl mit drin, sondern die hat ja eine eigene Stiftung, die Bertelsmann Stiftung, die ist aber auch in der EU vertreten, ähm, also in, in Brüssel vertreten, im Europäischen Rat vertreten, jetzt nicht da irgendwo mit, äh, äh, und nimmt da ganz wesentlichen Einfluss in ihrem Sinne auf, äh, äh, Entscheidungen, die Europa und natürlich unser Land betreffen, ne, die, äh, äh, Bertelsmann Stiftung, ähm, sitzt ja auch in Deutschland, äh, großen Sitz in Deutschland auf jeden Fall, und meiner Meinung nach, deswegen, ähm, heißt, äh, das Video ja auch die Zerstörung des Neoliberalismus, müssen diese, äh, Stiftungen komplett raus aus der Regierung. Das ist meine persönliche Meinung, das ist nicht die Meinung von Rainer Mausfeld, äh, sondern das ist meine persönliche Meinung, um wirklich etwas zu ändern, dürfte es keinen Lobbyismus, äh, in diesem Sinne mehr geben, er ist ja von der Verfassung geschützt, habe ich schon vorgelesen, für mich ist das Korruption und Vorteilsnahme, äh, und nicht schützenswert von der Verfassung. Ja, liebe Freunde, ähm, äh, ich, äh, verlinke euch den, äh, Vortrag von Rainer Mausfeld, äh, noch unter dem Video, das war jetzt mal eine, äh, Empfehlung, also dieses Buch, äh, könnt ihr euch kaufen, da, äh, tut ihr euch was Gutes, ähm, es ist für Leih ihn gut verständlich, also natürlich, äh, 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 Professor Mausfeld ist Akademiker, aber ich, ich finde, man kann es auch, äh, als Nicht-Akademiker gut nachvollziehen, und, ähm, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über ein Däumchen hoch, oder auch über einen Abonnenten, einen weiteren Abonnenten, ja, und bis bald, eure Silbenfee.